Und hier ist der nur Mr. Noah Hathaway. Wie großartig ist es, dass du wieder zurück in Deutschland bist? Deutschland ist einer meiner all-time Lieblings-Favorite. Wenn ich hierher komme, dann bin ich in Deutschland. Ich liebe es hier. Ich liebe die Leute, die Essen, die Bier. Es ist ein schönes Land. Es ist wie ein Zuhause von Hause. Es war ein langes Mal, als du auf dem Neverending Story filmstest. 80 Jahre. Hast du vielleicht ein paar schöne Erinnerungen aus dem Setzen? Alles. Ich habe in München schon seit einem Jahr gefilmt. Wir haben in Bavaria Studios gefilmt. Es ist eine wunderbare Erfahrung in meinem Leben. Ich liebe Deutschland. Wir haben heute Abend gesprochen. Ein meiner Lieblings-Favorite ist, um zu den Steinberger See, um zu Andechs zu haben. Ich liebe es hier. Und du hast die Möglichkeit, diesen großen Budget-Movie zu filmen. Für das Zeitpunkt war es der größte Deutschland-Movie zu filmen. Genau. Wenn du auf die alte Bilder schauen, was deine Erinnerungen sind? Was hast du jetzt gesehen? Es ist so wild, trippier Film. Du kennst mich, dass Michael Ende auf ein paar gute Drugs war, wenn er das geschrieben hat. Es ist so wild. Du wirst niemals denken, dass es eine Kinder-Storie war. Und was sie in die Welt ist, ist es ziemlich spektakulär. Ich habe es nicht in 15 Jahre gesehen, und ich habe es gerade noch einmal gesehen. Und ich war so schockiert, wie adult es ist. Und wie schrecklich ist es. Es ist ein schreckliches Film. Ich bin immer schockiert, wenn die Leute ihre kleine 4-jährige Kinder sagen, und sie sagen, Oh mein Gott, ich habe meinen 4-jährigen Kinder gezeigt. Und ich denke, das ist schrecklich für einen 4-jährigen Kinder. Ja. Funny. Hast du deine Co-Stars gemacht, wie Barrett Oliver, auf Beautiful Tammy Stronach? Ich habe ihn nicht gesehen, seitdem wir den Film gemacht haben. Wir haben uns nicht in den anderen gefilmt, seitdem wir filmten. Und als ich filmte, wir haben noch nie mit Barrett gefilmt. Wir haben nur einmal gesehen. Und ich hatte nur einen Tag mit Tammy. Wir haben nur einen Tag gesehen. Wir haben nur einen Tag gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, seit diesem Film. Seit The Neverending Story. Und jetzt wurde ich gesagt, dass du jetzt ein Tattoo-Artist bist. Ich war so. Ja, ja. Ich war so. Ich habe mich verletzt, und ich habe meine Hand gebrochen. Ich habe noch nicht so, dass ich noch nicht so tatue. Ich hatte noch eine Tattoo-Artist. Aber ich hatte meine Ex-Winfe und ich hatten eine Tattoo-Artist. Und ich tatuei seit Jahren. Das ist ein lustig. Und du hast auch viele Tattoo-Artist. Ich habe viele Tattoo-Artist. Und was bedeutet das Tattoo-Artist? Was bedeutet das Tattoo-Artist? Es ist ein bisschen, zu dekorieren dein Körper. Du bist ein eigenes Mensch, dein eigenes Mensch. Du bist nicht so ähnlich wie andere. Ich habe immer noch ein Tattoo-Artist. Ich habe mein erstes Tattoo, ich denke, als ich war 15. Ich erinnere mich, als ich sehr jung war, ich sah wie 200 Hells Angels. Und ich erinnere mich, wie sie alle hatten beards, und sie waren rüggen und tatuiert. Und ich habe immer gesagt, wow, ich will so sein. Sie sahen krass. Ich denke, das war das Start der Tattoo-Artist. Und jetzt sind wir fertig. Und das war das für die Zukunft? Ja. Ich habe ein Bild, ich habe ein Bild, ich habe ein Bild, ich habe ein Bild, ich habe ein Bild. Ich habe ein Bild, ich habe noch ein paar Jahre, um meine Gesundheit zusammenzubringen. Ich hatte ein paar Back- und Neck-Surgery, ein paar Monate. Jetzt bin ich alles gut. Jetzt bin ich zurück. Ich hoffe, dieses Jahr. Ich spreche mit einem Freund, vielleicht in September. Ich habe ein Film, also nicht positiv. Ich möchte nicht zu viel sagen, aber es war einfach nur, ich habe zu sehen, wie ich mich fühlte, wie ich aus der Surgery zurückgekommen habe. So, seitdem es gut geht, wir versuchen, für September bereit zu werden. Hoffentlich, ich werde in gut genug Form, um dieses Film zu machen. Aber ja, ich werde wieder zurück, nach dem Schwung der Dinge, nach dem letzten paar, zwei Jahre. Aber ja, ich bin bereit, zu rocken. Und meine letzte Frage, hast du vielleicht vielleicht einige deutsche Wörter oder zum German Lens? Zum German Lens. Zum German Lens. Ich habe dich Liebe. Everything else is dirty, I'm not gonna say. So. Okay, so.